Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ASMR-Video. Ein extrem sanftes ASMR-Video heute, und zwar ein Brushing-Video. Also, ich habe mir auch ein Set aus ovalen Kosmetikpinseln bestellt. Das ist heute eingetroffen, und ich konnte es kaum erwarten, diese Pinsel auszuprobieren mit dir zusammen. Mach es dir bequem und lass dich schön entspannen und briseln, wie ich immer so schön sage. Ja, wie das Pinsel ist. Fünf verschiedene oval-längliche Kosmetikpinseln. Fünf-window. Nummer eins Nummer zwei Nummer drei Nummer drei Nummer vier 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 Nummer Nummer fünf Ich hole den Penzel nun aus der Verpackung. Und er ist so unglaublich weich. Es fühlt sich an wie eine Samtoberfläche. Wunder, wunderbar. Wir haben einen schwarz gummiert matten Griff oder Stiel und ungefärbte Hälfte in einem Metallic-Kupfer-Ton eine Beschichtung die dem Ganzen eine wunderschöne Eleganz verleiht, wie ich finde. Und auch der Farbverlauf von einem gelblichen Ton gold gold-strohfarbenen Ton in einen rot-braun der Borstenspitzen. Und nun testen wir das Ganze mal an deinen Ohren an deinen Ohren. Bist du bereit? Okay. Einschalt! 1 Awesome! Sprechen! 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 Vielen Dank. Ich frage mich bei diesen Pinseln immer wieder, wie es gelingt. So viele Härchen aneinander zu pressen und dann noch in eine Fassung hineinzuarbeiten, kleben, tackern, wie auch immer. Es ist für mich wie Magie. Okay. 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 Dititely. Okay. Ich bin tatsächlich eingrufen. So viele Gara, aber nicht zu schmal. Perfekt. Das ist so eine schöne Idee gewesen, den Griff gebogen zu machen. Und nicht gerade. Das ist super angenehm. Passt sich somit sehr schön der Kontur des Kiefers an, wenn man das auf der Haut verwendet. Und jetzt ist wieder du. Das ist super angenehm. Das erinnert auch ein klein wenig an deine Zahnbürste. Das ist super angenehm. 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 Und jetzt. Gut. und hohen. Als würde ich die feinsten Staubkörnchen entfernen. Ganz akribisch. Wie eine Archäologin, die einen Fund der Erde gefunden hat und von dem Edelstein oder dem Knochen jedes noch so feine Sand- und Staubkörnchen entfernt, sodass nichts zu Bruch geht, um alles freizulegen. So. 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 Kakaobohnen-förmige Form oder Zitronenform. Interessant. Ich frage mich, ob diese Form, dieser Schwung gewollt ist oder ob es durch die Lagerung im Beutelchen im Paket kam, aber ich glaube, diese Form ist gewollt. Ich frage mich, ob die Lagerung im Beutelchen ist oder ob es durch die Lagerung im Paket kam. Ich frage mich, ob die Lagerung im Beutelchen ist oder ob es durch die Lagerung im Beutelchen ist oder ob es durch die Lagerung im Beutelchen ist. Und jetzt wieder bei dir. Damit komme ich perfekt durch diese Schaufelform unter den Rand des Beutelchen. Popfelders. Und jetzt wieder bei dir. Ich frage mich, ob die Lagerung im Beutelchen ist oder ob es durch die Lagerung im Beutelchen ist oder ob es durch die Lagerung im Beutelchen ist. Das war wirklich eine super Idee, diese Bürstchen zu bestellen. Ich bin total zufrieden. Ich hoffe, du auch. Sie werden noch oft Anwendung finden in der Zukunft. Anwendung matkuriert. Schaum. Hier ist die Lagerung. Ein Tast mit der Lagerung. Wie gesagt, danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Auch schlank, Kakaobohnen oder zitronenförmig, also oval. Das fühlt sich auch so gut an. Diesmal aber, glaube ich, etwas gerade und nicht ganz so geschwungen. Und mit diesem letzten Kosmetikpensel wünsche ich dir eine wundervolle, wundervolle, gute Nacht. Süße, 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 süße Träume. Tschüss, das ist der Dabby. 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 Das ist der Dabby.